Hallo Olli! Hallo Katrin! Servus Bayern! Wir sind gerade hier bei der Seehofer Facebook-Party und es ist schon eine ganze Menge los. Wir warten ehrlich gesagt noch auf den Parteivorsitzenden, aber die ganze Presse, die tummelt sich schon da hinter uns und die warten alle natürlich auch ganz gespannt auf den Gastgeber. Olli, was war denn heute die häufigste Frage, die an dich von den Journalisten gestellt worden ist? Die häufigste Frage war eigentlich, steckt ihr als JU dahinter oder hat er die Idee selber gehabt? Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass die Presse davon ausgeht, dass es die JU sein muss, die auf so eine Idee kommt. Verraten wird allerdings natürlich nicht, wer ganz genau diese Idee hatte. Also ich war es nicht zugegebenermaßen. Ich auch nicht. Naja, dann wird es für immer ein Geheimnis bleiben. Wichtig ist, dass es eine ganz coole Show heute wird und ich glaube wir werden heute eine Menge Spaß haben, richtig? Davon gehe ich aus. Also es schaut hier alles ganz nett aus. Die Leute sind in bester Laune. Man sieht wenig bekannte Gesichter, was dafür spricht, dass die Zielgruppe erreicht wird und zwar außerhalb unserer Partei. Und das Wichtigste, bis jetzt habe ich auch noch niemanden gesehen draußen, der ansteht und nicht reinkommt. Das ist die gute Nachricht, denn wer Horst Seehofer heute persönlich kennenlernen will, hat offensichtlich die Möglichkeit dazu. Super! Dann gehen wir zwei jetzt mal rein, oder? Wir zwei gehen rein, machen uns einen schönen Abend und hoffen, dass der Horst bald auftaucht. Alles klar. Bis dann. Servus. Servus. Heute Abend hierher gekommen seid ins B1. Danke, war wunderbar. Die erste Facebook Party von Horst Seehofer neigt sich jetzt so langsam dem Ende entgegen. Kathrin, kannst du ein erstes Fazit ziehen? Nicht ein erstes Fazit, ein letztes Fazit. Das war großartig. Ich bin total begeistert von der Party. Es waren super Leute da. Wir hatten tolle Gespräche. Die Musik ist spitze, die Stimmung auch. Und jetzt haben wir es geschafft. Und zwar einfach toll, aber so langsam bin ich auch ein bisschen müde. Stichwort müde. Es scheint so, als ob die meisten Leute hier kein Ende finden wollen. Ministerpräsident war auch super lange da. Ist das ein Vorbild für die nächsten Veranstaltungen, die die CSU so plant? Absolut. Also wenn es nach mir geht, könnten wir so eine Veranstaltung wie heute ruhig öfters machen. Zum Beispiel auch in der Fläche draußen. So haben wir es mit den Launch in den City-Partys auch schon gemacht. Ich glaube, das Format ist ein tolles. Und es kam auch wirklich gut an. Die anderen Parteien haben ja im Vorfeld Horrorszenarien gezeichnet, was hier alles aus dem Router laufen könnte und nicht funktionieren könnte. Kannst du vielleicht noch zum Abschluss den anderen einen kleinen Hinweis geben, wie sie zukünftig mit solchen coolen Ideen der CSU umzugehen haben? Mein Hinweis, Neid lohnt sich nicht. Und eigentlich sind die bloß neidisch, dass wir auf die tolle Idee gekommen sind, eine Facebook-Party zu machen. Mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir machen noch eine letzte Tour hier durchs P1, wünschen euch allen auch noch einen schönen Ausklang. Und wir, denke ich, sehen uns nicht erst bei der nächsten Facebook-Party. Ganz sicher nicht. Bis bald. Ciao.